Was ist das TTS Forum? Content und Methodik und eben im Bereich das zweite Standbein der TTS, der Bereich Personalwesen. Ja, natürlich ist es ein Event für uns, ein Marketing-Event, aber wir halten uns hier tunlichst zurück an diesem Tag. Wir haben den besagten Keynote-Speaker zu Beginn und wir haben danach vor allem Kundenvorträge. Also sprich, wir sonnen uns ein bisschen im Lichter unserer Kunden und halten uns hier zurück im eigenen Werbeblock, überlassen den Kunden hier die Vorträge. Ich glaube, es ist toll, dass wir mit anderen Kunden zusammenarbeiten können, weil wir viele Herausforderungen haben. Wir schauen auch, dass wir unsere Produktrode-Map fahren können. Und es ist interessant, die Perspektive von anderen Kunden zu bekommen, zu sehen, ob sie die gleichen Herausforderungen haben, ob sie es in einem anderen Weg haben. Also ich glaube, der kollaborativen Aspekt des TTS ist der Punkt, der für uns wichtig ist. Was ich hier immer ganz spannend finde, ist halt der Austausch mit den Kollegen aus den anderen Unternehmen. Man kann so ein bisschen halt über den eigenen Tellerrand gucken und sieht, was in anderen Unternehmen so läuft. Und bekommt natürlich auch immer so diesen innovativen Input von TTS und fährt eigentlich immer mit neuen Ideen nach Hause, die man direkt am liebsten umsetzen möchte.